was geht ab leute dieses freestyle video auf hiphop.de von jigsaw habe ich mir noch gar nicht angeschaut das geben wir uns gleich auf jeden fall seine box ist schon wieder ausverkauft der jung ist zu krass ich höre alle wollen seine box auf jeden fall haben wir können mal auf amazon schauen denn der hat es zweimal oder so noch mal restocken lassen ich weiß ja nicht wie viel danach produziert hat oder so ich gehe mal jigsaw ein jigsaw hier ja also derzeit nicht verfügbar also der hat zumindest gesagt er lässt sich noch was einfallen dass mir was kaufen kann ja wie gesagt ich feiere jigsaw auf jeden fall ich feiere seine mucke übertrieben der junge geht echt ab das einzige talent was man so sagen kann was kolle in seinem label hat meiner meinung nach also wo echt bei was rum kommt ja bei gendt oder so mein jigsaw ist schon also der hat echt was drauf wird man sagen wir geben uns einfach mal das video und ja was ich euch noch empfehlen kann auf jeden fall ich habe mir das video noch nicht angeschaut von leon lu vlog das interview mit jigsaw hat auch ein interview mit jigsaw rausgehauen ich habe es mir auch noch nicht angeschaut habe keine zeit dafür gefunden sonst schaue ich immer alle interviews aber ich denke das kann ich euch auf jeden fall empfehlen herzlich willkommen hier bei hiphop.de in düsseldorf Dir only Tja zip Wilson Schule Sak use Schon Seining Fäzzen Jahr Sieg мат Es Es Warten 직접 Sieg Wie Sieg Je Wie Sieg ö viel total Ich muss Jesus verdienen, sind diese Pädos in real? Auf denen verspielen sie auf Männer und cheese, die Gierade und cheese Mein Schwarz auf die Anomalien und drückt die Geografie Die macht Pelle und Pief, nicht im Kabel nur lesen wie Bella Hadid J.G.I.D.I.A.M.E.N. Ha, Blick auf Repeat Brunnen im Nacken, sie laufen wie Zombies investigativ Überrollen sie im Jeep, ha, hast du die Mego an Kris Sie wollen sich Messer doch geben, dann laufen nur nach einer Partie Ich zerfick Rapper auf, Bizzatili, ASAP, ich mach Geist krack, mein Babe, wie Rayman Nies Jahr wie gefickt Sophie steht fest, dies war die Ray-Ban Motherfucker, mein Handy klingelt, non stop, Cockrocks auf, mit Karacken durch Rostock Die Holzkopf zeigt, was ich pack, wie der Boss kommt, noch drauf, da wir stormen aus Korb, ha Rap ist die Fox nicht mehr in die Puzzle, so wie Afrikaner Ihr habt Eier im Mund wie kwerende Ramekianer I'm in a golden bitch, was ist los, auf dem Freestyle Komm mal ran, du Fotzer, einfach Kicks und Schiebe Ich chill mit Dari, was ist los, du Fotzer Komm mal ran, ich zeig dir, wie die Hagener boxen Check, aus dem Kopf, dann check das out, wo ist PS17 am Ding, ja, ich habe Angst, Gott Fuck, der hat kurz rasiert Ey, Jigsaw ist so ein kranker Typ Ich feiere den auf jeden Fall Schreibt mal eure Meinung zu Jigsaw in die Kommentare Ich denke, jeder, der sich das Video jetzt anschauen wird, der wird ihn auf jeden Fall feiern Ähm, krank Schauen wir kurz in die Kommentare rein Ja man, was für ein Talent in ihm steckt, unglaublich Das ist echt Fuck Mehr Lyrik und Flow als Mero in seinem ganzen Album Digga, krank Ja, wie gesagt, leider wurde der auf jeden Fall abgeschoben Ihr wisst ja selber Bescheid Ähm, ja, aber wird trotzdem seine Musik natürlich auch aus der Türkei rausbringen Ähm, ja, seid auf jeden Fall gespannt Wie gesagt, ähm, das Album gibt es ja trotzdem auf Spotify und so Da könnt ihr euch das ja trotzdem geben Ich meine, wenn ihr keine Box oder so bekommen habt Ja, ja, wie gesagt Also, wenn uns das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da Supportet Jigsaw und dann sehen wir uns im nächsten Video Peace Outro Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020